Kirill Wariski war ein bulgarischer Schauspieler. Leben! Kirill Wariski beendete 1980 sein Schauspielstudium an der Nationalen Akademie für Theater und Filmkunst Krastio Sarafo. Anschließend arbeitete er an Theatern in Pansacik und Smoljan und war vier Jahre lang beim satirischen Theater Aleko Konstantino in Sofia beschäftigt. Dem wiederum folgte ein langjähriges Engagement am Nationaltheater Ivan Vazov. Große Bekanntheit erlangte er durch die Darstellung des gelähmten Schauspielers in Sako Chesillas 1981 erschienen im Fantasy-Film Mein Freund, der Pirat. Am 21. Juni 1996 verstarb Wariski im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Bis zu seinem Tod war er mit der Schauspielerin Elsa Laleva verheiratet. Die gemeinsame Tochter Laura arbeitet heute als Architektin. Filmografie 1981 Mein Freund, der Pirat 1982 24 Stunden Regen 1985 Der Tod kann warten 1985 Inspektor ohne Waffe Jahrhinter